Na so zusammen, hier ist wieder Heutschiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es nämlich um die 5 Insel-Expeditions-Toys und da habe ich jetzt schon ein bisschen Arbeit reingesteckt und zwar mir alle 5 zusammengefarmt. Wie wir die erhalten bzw. wo wir die kriegen und wie sie ausschauen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes sei gesagt, erspielen könnt ihr sie dadurch, dass ihr bei der Horde der Allianz dementsprechend hier anmeldet und ihr könnt sie in jeder Schwierigkeitsstufe erspielen. Wie funktioniert das prinzipiell? Jedes von diesen Toys hat eine bestimmte Mobgruppe, die sie quasi nicht droppen können, aber triggern können. Den Loot in Inseln bekommt ihr immer am Ende beim Abschluss. Das heißt, ihr tötet 50 verschiedene Mobs, habt genug Punkte, schließt die Insel ab, auch wenn ihr die Insel verliert. Nur der Abschluss zählt, es ist vollkommen egal, ob ihr gewinnt oder verliert. Ihr bekommt am Ende Items nach dem, was ihr getötet habt und da sind gewichtig Rare Mobs und Named Elite Mobs. Manche meinen, die normalen Mobs zählen auch ein bisschen rein bzw. auch die Schätze von denen, man weiß es nicht so 100%ig, die Rares und die Named Elite auf jeden Fall. Und deswegen müsst ihr immer gucken, dass ihr diese besiegt, die dementsprechend die Items droppen, die ihr haben wollt. Welche Mobs sind das, die ihr für diese Items töten möchtet? Und zwar haben wir hier Banane schlechten Mojos und die magische Affenbanane, die droppen beide von Hosen, Affen. Dann haben wir hier Kerze aus Schnurrbart, Wachs, die kann von den Kobolden droppen. Dann haben wir hier einen, Moment, jetzt muss ich mal gucken, einen Ritualstein von Umgut. Der droppt von diesen kleinen, ja, Grummelfiecher sind sie nicht, wie heißen sie? Moment, ich muss es mal kurz hier raussuchen. Wir haben nämlich hier auch einmal eine Auflistung und zwar sind das die Pygmen. Pygmen, genau, das sind die hier. Und das letzte Item, was wir haben, ist dieser Suppenstein und der droppt von den Trocks. Diese Aufzählung, beziehungsweise Auflistung kann ich euch gerne auch einmal verlinken. Ja, also hier sieht man auch nochmal die, das ist einmal von WoW, wir hätten hier nochmal eine externe Seite, die heißt Warcraft Secrets und dann quasi unter Guides Insel Expeditionen. Und wie gesagt, ich verlinke euch das einmal. Da sieht man auch noch mehr Items wie Transmog, Mounts, Pets, Toys, Quest-Items. Hatte ich aber auch schon mal bei den Mount Guides gezeigt gehabt. Genau, also sprich, braucht ihr vier verschiedene Arten für eure Toys. Wenn wir jetzt hier, warte mal, wir schauen jetzt hier nochmal kurz rein. Ihr seht, es ist hier aufgesplittet zwischen Invasionsmobs. Das sind die, die immer relativ am Ende kommen. Hatte ich im Mount Guide auch schon mal erklärt, werde ich aber gleich nochmal drauf zu kommen. Und kommen Creatures, also sprich, die normalen Viecher, die auf der Insel sind. Unter normale Viecher fallen hier nur die Trocks. Die können auf jeder Insel irgendwo mal rumgammeln. Deswegen kriegt man diesen komischen Suppenstein relativ schnell. Diese Invasionen, die hier gemeint sind, finden dann statt, wenn man mit beiden Fraktionen, also sowohl die Horde als auch die Allianz zusammen, etwa 5.000 bis 6.000 Punkte irgendwo in dem Korridor triggern sie. Heißt, ihr wollt versuchen, möglichst nicht extrem weit oben mit den Punkten zu sein. Denn, wenn diese Invasionen trocken, kommen immer relativ viele Mobs. Und zwar meistens 4 bis 6 Rares kann man töten. Die Rares haben, wie gesagt, die höchste Chance, eure Items zu triggern. Das gilt übrigens auch für alle anderen Items, die ihr triggern, getriggert haben wollt. Und dementsprechend solltet ihr euch nicht mit der Gegenstaffation anlegen, dass sie möglichst Punkte sammeln. Ich mache immer einen Mass-Pull, dann habe ich schon mal relativ viele Punkte. Lasst die Erze und alles liegen, lasst es die andere Fraktion sammeln, dass beide so etwa auf 3.000 gleichzeitig kommen. Dann habt ihr wunderbar die Invasionen. Ihr haut die ganzen Invasions-Mob um, um die 3.000 Punkte reichen. Und ich treue locker, um alle Invasions-Mobs zu töten. Umso mehr Rares ihr von dieser Art tötet, umso höhere Chance habt ihr quasi, eure Items zu triggern. Das jetzt im Kurzen. Wie gesagt, wenn ihr euch das tiefer interessiert, schaut in den Mount Guide rein. Werde ich euch verlinken. Da habe ich das einmal auf der Insel auch gezeigt. So, soviel dazu. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Items einmal an, dass wir da ein bisschen uns das ein Bild von machen. Das sind übrigens alles Verwandlungs-Items, was relativ cool ist. Also erstmal diese Banane mit schlechten Mojo. Wenn wir die einsetzen, dann seht ihr, werden wir so einen Skelettaffe, der relativ cool aussieht. Und ja, ist klar, der droppt von dem Hosen und wir werden halt selber ein Hosen. Und hier quasi ein Skelett-Pirat. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Verwandlung. Und ich glaube, sowas gab es bis jetzt noch gar nicht. Und die Toys droppen relativ gut. Ich kann jetzt gleich noch mal was dazu sagen. Es gibt die Hosen als Inselvölkerung. Also quasi jede Woche switchen wir die Inseln, aber auch die Grundinselbevölkerung. Es sind immer andere Kombinationen. Und hier haben wir zum Beispiel auch gerade die Kobolde, die wir unter anderem auch bringen. Also die Woche könnt ihr zum Beispiel jetzt dieses Kobold-Dings farmen. Letzte Woche waren es tatsächlich die Hosen. Deswegen habe ich letzte Woche auch meine Toys hier fertig bekommen. Also meine zwei Affen-Toys habe ich in einer Woche quasi gekriegt, weil die als Grundinselbevölkerung da sind. Und dann müsst ihr nicht auf eine Invasion warten, sondern habt die quasi standardmäßig auf der Insel. So, dann gucken wir uns die magische Affenbanane an. Da seid ihr auch ein Hosen. Droppt halt wie gesagt auch von den Hosen und zwar ein normaler. Sieht auch ganz cool aus. Ich weiß gar nicht, haben wir schon ein anderes Toy? Bestimmt haben wir irgendeinen Toy, wo wir auch schon zum Hosen werden. Aber ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Genau. Dann das Nächste, was wir haben, ist diese Kerze. Und ja gut, da müssen wir uns diese Affen-VZ oder ein VZ ist ja nicht, aber vor allem wegklicken. Und dann seht ihr, haben wir hier diese Goblin-Kerze drauf. Die, wie gesagt, kann von den Goblins getriggert werden. Und ja, die können auch eine Insel-Normalbevölkerung sein. Sprich, müsst ihr nicht auf eine Invasion hoffen, sondern dann auf jeder von diesen Inseln drauf, wenn ihr die richtige Insel kriegt. Genau. Dann haben wir hier diese Ritual-Trommel von Umgut. Die setzen wir einmal ein. Und wie gesagt, da werden wir zu einem schicken Pigmen. Naja, mehr oder minder schick. Die Zahnlücke ist doch... Die ist doch schon ein wenig gewaltig. Und das letzte, was wir haben, ist dann quasi verzauberter Suppenstein. Und wenn wir den drücken, dann werden wir zu einem ebenso schicken Troc. Ja, und die Trocs, wie gesagt, die müsst ihr, da müsst ihr auch nicht auf eine Invasion hoffen, sondern die können quasi, äh, sind als Standardbewohner auf den Inseln eh vertreten. Also sprich, nicht mal eine von diesen Bewohnern, sondern die sind eh auf den Inseln ab und an mal drauf, aber in kleineren Packs. Ja, also sprich, ähm, für die Hosen muss man hier gucken. Und für die, ähm, na, Goblins sind sie nicht, ich vergesse es immer wieder. Für die, du nicht nimm, Kerze-Typen, weil mir jetzt wieder nicht einfällt, wie die heißen. Da kann man quasi schauen, dass man die richtige Woche sich rauspickt, dann ein paar mehr Inseln macht und dementsprechend, äh, sie dann bekommt. Und ja, für die anderen muss man halt ein bisschen Invasion abwarten. Aber die Toys sind ehrlich gesagt nicht das Problem. Die kriegt man relativ gut zusammen. Die droppen auch gut, wenn die jeweiligen, äh, Events da sind. Andere Sachen wie Mounts, Toys, Pets, äh, Toys nicht, weil Toys reden wir ja gerade, sind ein bisschen schwieriger zu farmen und da muss man ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Gut, ja, jetzt habt ihr alle drei Verwandlungs-, äh, alle fünf Toys gesehen. Drei, beziehungsweise, ne, vier sind Verwandlungstoys. Verwandlungstoys, eins ist diese schicke Kerze. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, haut sie gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns sonst gerne im nächsten Video wieder. Eutela, bis dann, äh, ciao.